Ja, welcome back zu Skyrim ähm ja, was werden wir jetzt tun? oder was werd ich jetzt tun? wenn ich ehrlich bin, ich weiß es noch nicht richtig ich hab mich noch nicht entschieden hm aber wenn ich mir meine Quest-Sachen hier so anschaue ich hab auch einen ganzen Arsch voll diese Neben-Quest-Geschichten hier ob wir da mal irgendwas machen die Bärenpelze, das läuft ja so nebenbei ähm, so diesen Klimek ja, keine Ahnung äh, Kopfgeld muss ich mir geben lassen, wo muss ich denn da hin? da muss ich nach Rifton Rifton, wo ist das denn? achso, da muss ich hier ganz runter ja, das ist ja ein ganzes Stück ähm die Urlaub von da mal hingehen, ich denke das werden wir mal tun, oder? in die Richtung waren wir noch gar nicht ach, das machen wir mal ja, wir gehen jetzt nach Nielheim und dann latschen wir da einfach mal runter ähm 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 ja, von diesen Steinen hier würde ich auch mal gerne andere finden ja, gute Frage, nehme ich jetzt hier das Pferd oder lasse ich sein? ich nehme jetzt mal das Pferd dann schauen wir nochmal auf die Kart okay, wir müssen uns umdrehen, wir müssen hier hin das heißt, ähm ähm ja, machen wir da mal ne Platzierung hin das heißt, wir müssen genau öppala hier rüber so, Lydia, du musst wieder latschen, es tut mir leid, aber ich will jetzt mal langsam hier Moment vorankommen hm da ist doch einer, oder? da würde ich mal sagen, steigen wir doch mal ab hier passiert, Mensch durchsuchen nehmen wir doch mit Bügeleisen hier ist noch ein Sack klauen wir den erstmal so, dann können wir mit ihm reden bitte helft mir ich kann euch bezahlen äh, alles in Ordnung Banditen haben mich angegriffen und meinen Wagen geplündert könnt ihr mir helfen? ähm was kann ich tun? mein Lager ist in der Nähe in den Ruinen von Nilheim wenn ihr mich sicher dort hinbringt erhaltet ihr eine Belohnung ja können wir ja tun, aber Nilheim da wird doch eh dieser Banditenboss, oder? das ist doch es ist gleich dort über die Brücke und den Hügelhof das ist bestimmt selber ein Bandit warte mal ganz kurz mal oh warte wir sind bald da ich kann das Lager schon sehen ja hör mal los warte hier warte hier ich hole nur eben eure Belohnung na, verfolgt ihr habt euch eine schlechte Zeit zu verlaufen ey, wo? ich wusste es echt wie der Biss eines Flohs Leute, ihr müsst einfach nur sterben mehr müsst ihr nicht ey, ich hab das so überwochen ich meine da ist ein das ist euer Ende das ist euer Ende das ist euer Ende da ist ein Lager ich bringe euch unter die Erde ich bringe euch unter die Erde die Tod ist stark überbewertet da steh du Hund wo ist der Typ hin, ey? wir sind verloren wir sind verloren rückzug ja da schießt der Haini mich ich glaub's ja nicht, ey naja naja das ist der Dude tell, tell was okay der Rest ist alles Müll so, dann wollen wir mal schauen was es denn hier oben noch so gibt erstmal ein bisschen Licht ja hey, hier war doch sowieso der Turbo hier drin war, oder? ich glaube ja doch das sieht das sieht sehr nach dem gleichen Turm aus ja, wo jetzt auch dieser Typ liegen, oder? ne, das Streifen, lass mal doch mit doch ist der da ja, doch hier waren wir da bin ich mir sicher, ne? ist aber auch alles so dunkel, ey hier haben wir eine Tor, die leer ist ja gut sind wir ja raus hier hui blöd typ 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 oh blöd, das hier so dunkel ist, ey was haben wir hier? hier ist auch nichts Moment, dann gehen wir mal hier gucken, was die Banditen noch so haben, die trinken, das nehmen wir natürlich mit, hier riecht jetzt auch noch was rum, das nehmen wir auch, so, Karotten, klar, nehmen wir mit, Tomaten auch, Lederstreifen ist immer gut, so, was haben wir denn hier, ein Sack mit Salz, cool, Trankmischerbeutel Nordranken, nehmen wir auch, 13 Gold, 18 Gewicht, das ist echt, echt viel, Oh, Heuzack, machen wir doch mal wieder, oder? Los, hau rein, Junge! Komm, einer geht noch! So, das muss reichen, was haben wir hier, einen alten Karren, wo nichts drin ist, oh, hier ist eine Truhe, okay, einfach ein Gold, nehmen wir alles mit, so, denke mal, das war's hier dann auch, Dann, gehen wir mal zurück, scheiße, was fährt das jetzt weg, ne? Naja, scheiß drauf Moment, 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 muss ich jetzt hier runter, glaube ich, ne? Ah ja, hier ist es ja, Mensch, das passt ja Dann geht's ab jetzt Mein Gott, kann das wieder hell werden So ein Dach, Herr Fuchs Ich bin so froh sein, dass ich auch ein Pferd bin, sonst ist das Beinbrecherhöhe Hm, gehen wir da rein, oder gehen wir da nicht rein? Ach, hm, ich weiß es nicht Ich denke mal, wir gehen nicht rein Und da sieht nur nach Erz aus Das werden wir mal mitnehmen Jo Oder gehen wir kurz da rein Ich werde hier auch immer aufgehalten Ach, wir gehen erstmal Ja, Bergblumenflücken Ach komm, Julia, wir gehen da gerade rein Glücklich in Handale schieben Dann gehen wir nach Rifthorn weiter, oder? Ach komm, wir gehen da Immer rein in die gute Stube Machen wir auch vielleicht ein Level-Up, wenn wir Glück haben Hätte ja auch was Einen W-B-A-M-A-M-A-M-A-M-A Wir gehen pauch celuiơi